ja sind von gestern packung nüsse und und erdnüsse und und weihnachtsmarkt parkgasse parkgasse und wie schauen die gegner aus 68 07 71 1 0 76 1 1 90 1 meine kd ist von 1 7 auf 1 6 geschrumpft formtief und man sieht die niederlage auch mit mit 1,0 von 1,1 auf 1,0 obwohl wir gerade gewonnen haben ja vom spiel davor oder was zum aktuellen oder von gestern zu heute könnten die geißel sagen geißel wo bist du geißel wo bist du von der forst läuft da drunter 10 sekunden 5 sekunden bis zum einsatz geißel entdeckt ich höre übrigens keine musik warum höre ich keine musikseite was ist da los was ist da los was ist da los was ist da los was greift es mir eigentlich da wenn ihr wollt dass ich geil bin dann bin ich geil wenn ihr wollt dass ich geil da kann man nicht aufsprengen gehen wir eins höher wir sind schon ganz oben wir sind doch schon ganz oben ja ne aber gehen wir oben rein und ist oben ein gegner wir sind doch schon oben ja gut rein wird rein bro mehr als hoch geht nicht mehr in der in der sollen wir da irgendwo aufsprengen ja klar wo kann man denn da nicht aufsprengen ich bin tot scheiße wo war er ich habe keine ahnung aber ich glaube dass der aus irgendeinem loch rauskommen ist ich bin rein zur scheißschule fallen hey das gibt es nicht wir schauen doch die ich habe die ganze zeit die treppe geschaut und der stand an der treppe die ganze zeit ich habe auf der wegschaut jetzt ist er weg der stand an der treppe die 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 du ich wu du Da sind wohl die Köder da Nur noch einer vom eigenen Truppen Oh weh Zwei scheiß Positionen Jo Eigentlich spiel er scheiße gerade im Moment Ganz ehrlich Also den du willst stören Echt mal gescheit zusammenreißen Da ist zu Da steht der Hund Ah Tatschanka Ich bleib vorbei laufen Der hat schon gewartet Ja Das schaut immer aus Als ob er zu spät schießt mit seinem Ding hier Ja 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 das war Aber gut es ging schon los mit dem Typ Ich geh raus Mach aber alles so Aber dass der andere nicht da von hinten wieder Ja Ist er hochkommen Und dann ist er hochkommen oder nicht? Ja In dem Replay hast du das gesehen Okay Der war die ganze Zeit da gestanden Und die klotzten sogar an Okay Servus Wir haben gar nicht Wir haben gar nicht Es war echt schlecht Aber es war klar Wir spielen der Rang Ja Ja Dann muss das passieren Genau so Aber wir haben das letzte Match jetzt abwohnen gell? Ja Ja Das letzte schon Ja Die waren doch nur zufällig Also den 63 Kapi Schau Komisch Die Geisel muss gesichert werden Den Raum befestigen Ja Ja Die Geisel muss gesichert werden Die Hand gelegt Die Eintracht Die Eintracht Die Eintracht Drohne, leere Drohne, 5 Sekunden, da muss noch irgendeine sein, muss ich aber zumachen hier, will hier jemand raus noch, kann hier jemand noch verstärkte Wand machen? Wo? Hier, in dem Vorraum. Konzo, kannst du noch verstärkte Wand? Die Tür ist verbarrikadiert! Ganz verstärkt und abgebracht! Granate! Boah, scheiße! Ich bring alles auf, ey! Da kannst du doch alles wegschießen! Seitdem sagst du es, wenn er drin ist! Der schießt rein, ich sag, wenn er reinkommt! Bis auf, Konzo, bist du hinterm Ding, oder? Geh, leider kein! Er schießt, er versucht es von draußen! Mann, das gibt es doch nicht! Aber das sind noch ein paar! Wieso warte ich nicht, wieso warte ich nicht? Ja, die werden gleich reinkommen! Die werden gleich reinkommen wahrscheinlich! Liegen ja noch drei! Raust du ihn erstmal rum? Ja, klar, jetzt kommt er von hinten... Ach, leck mich am Arsch! War der schon drin, oder? Ja, von hinten ist er keine Ahnung! Okay! Oh shit, jetzt sind wir da alle reingelaufen! Jetzt schaust du in die falsche Dinge! Das ist der Vorraum jetzt von der Treppe! Ein Gang dazwischen! Die sind schon drin, links, links, links! Einer Trupp Siegreich! Alle Gegner eliminiert! Haha! Geil! Birnfalle! Und den haben wir noch so geholt! Oh mein Gott, die hätten wir die Geilten niemals mehr geholt! Da war der Glatz drin! Den hat er davor, glaube ich, schon weggemacht! Weil der hat nie weggemacht gehabt, der Glatz! Der hat uns jetzt den Arsch gerettet hier! Der Mustang! Hey Mustang! Haha! Haha! Sale 0, SciTech 0, Gonzo 0! Jawohl! Ich glaube ich gar! Oh ja! Euerl! Oh ja! Wow! Meinen Siegreich! Ah! Sjjjj Traat! Die sind alle hier! Oh ja! Ja! Ich glaube ich bin sehr gut für eine Fische! In der Wende, in der Zeitung der Fenster! Naa! Oh ja! 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 Das brauche aber jetzt ganz schön lange zum Laden mehr. Wahrscheinlich wollen wir alle in eine Parkgasse einsteigen. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Okay, los geht's. Hast du eigentlich noch mehr solche Dinge? Ja, ich glaube schon. Küche? Küche? Ich schreibe noch voll geiler Küche. Äh, Kitschen. Die Geisel wurde lokalisiert. Ich muss mich gezielt einsetzen. Die Hinderung schon wieder zacktackt. Ja, platziert euch schon wieder sein Geschoss. Da hab ich alle entdeckt. Der Selle, der 0,1 hat... Dafür hin. Ja, wir drei sind übrigens wirklich die Oberhelden. Wir haben alle noch keinen Abschluss und die anderen haben zu packen. Wir haben 95 geiselt in Sicht. Buh. Buh, buh, buh. Buh, buh, buh. Echt scheiße, ist das? Ich hab zweimal. Ich geh jetzt rein. Mach's mal da auf. Ja. Ja. Warte. 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 Ich hab eh noch meine Drohne da vorne. Kann ich gleich mal schauen. Warte Selle, ich komm mit meiner Drohne. Ich schau mal rein. Ja. Okay, hier in dem Schweine-Ding ist keiner. Im Schweinehälften. Im Schweinehälftenlager. Und der Tatschanka ist auch nicht an seinem Platz. Okay, jetzt können wir eigentlich rein. Da geh's grad ab. Die wurden von der anderen Seite belagert. Oh ja, da geht's ab, ja. Uh, es könnte schlecht werden für die. Ah, die hat die ausgescheitert. Geisel getötet. Nein. Oh, scheiße. Die ist blöd abgeprollt. Ich dachte, die geht weiter links. Oh Mann. Oh Mann. Da war Tatschanka. Die ist blöd abgeprollt. Oh, da war ein Baby. Nein. Das ist das andere Baby. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das war mein Fehler. Naja, ist noch eines drin. Also, ich geh gleich raus. Na, Küche. Küchengräu. Küchengräu. Ist gleich raus? Ja. Nix mehr mit Verstärkung oder was? Also, ja, das schau. Einfach raus. Einfach raus, ja. Einfach raus. Ich schau, dass ich die Außentüren zumach. Mit Karschlapp gleich. Mhm. Und ich schau, dass ich alles elektrifiziere. Das dauert zu lang. Mhm. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Mhm. Mhm. Zugangssperre angebracht. Die Geisel muss gesichert werden. Na, warum macht es da nur zu? Ja, und du bleibt einfach stehen. Ja, und du bleibt einfach stehen. Schweine. Jemand schweine. Ja, man muss schon ein bisschen was bieten dahe. Überall fanden die Drohnen drumherum. Was macht das mit dem Innenwerfer? Wo ist denn die so hochgepft? Ist der eine A drin? Na, ich da. Geht da die Treppe hoch hier. Scheiße. Direkt vor mir haben sie die Tür aufgesprengt. Ich glaub's nicht. Das Fenster hat er gesagt. Du bist oben? Ja, ich bin direkt. Neben dem Raum. Da ist oben eine Geißel. Dann haben sie die Tür aufgesprengt. Fuck, Granate auch noch reingeworfen. Hey, jetzt kommen sie von der Seite auch noch. Ach komm, wieso? Wieso? Ach von draußen. Die Asch. Da waren zwei jetzt im Raum drin. Die hätte ich so schön wegmachen können. Einen habe ich nicht erwischt, oder? Die sind direkt im Nebenraum von der Geißel, oder? Ich treff sie nicht, das kann doch nicht sein. Nachlass. Zwei HP, so lächerlich. Einen vorderen. Die sind weggebrochen. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Dein Standort ist gefährdet. Da haben wir rechts die Asch draußen sehen. Vielleicht so am Fenster, pass auf. Also vorhin zumindest. Keine Ahnung. Warte, der Tätscher rum. Okay, scheint man das zu sein. Das gibt's doch nicht. Gibt's echt geworfen? Werden die sein? Sind die draußen, oder was? Das gibt's doch nicht. Werden die sein? Du hast fast nichts mehr. Ich hab fast nichts mehr. Oh shit. Kommt mal nicht raus. Oh shit. Kommt mal nicht raus. Jetzt weißt du das auch. Haben wir noch lang. 30 Sekunden. Jetzt gleich mal da. Frontflugistisch. Ziehst du dich auch ein bisschen zurück? Ich glaube bei mir. Ja, jawohl. Ein Gegner verbleibt. zehn sekunden noch es bleiben noch fünf sekunden jawohl ja, sauber jawohl ja, ein Wully noch, ein Wully noch so, 2-2 Ausgleich, haben wir es doch noch geschafft hier jetzt wird es spannend, Leute ich war ja eigentlich schuld daran, dass wir die Runde verloren hatten die 1-2-Runde so bin ich auch nahenlos letzter her mit 0-1-1 es läuft wie fühlst du dich? ja, genau wie ist das Gefühl? ich muss eine Stunde richtig, richtig fett pissen aber sowas von ich muss ja nur gesagt haben wegen euch hänge ich hier mit voller Blase drum die Action mit der Geisel nach der Runde nach diesen Runden, da muss ich gehen genau da bist du raus für heute da bist du raus für heute, weil das dauert dann länger bis du dich mal entleert hast das ist komplett haha ja, aber ich das ist eine Miele-Zellung okay das ist eine Miele-Zellung 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 zum Beispiel Miele-Zellung 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 1 bis 3 drin. 1, 2, 3. 3 sind hier drin. Super fein. Da draußen ist echt gefährlich. Ich gehe jetzt einfach mit rein. Es hilft gar nichts unter. Wir müssen. Auf geht's. Ja, das ist zu danger hier. Zu danger hier. Wir machen alles. Alles für mich hier. Oh, durch die Wand hat er geschossen. Durch die Wand hat er weggeschossen. Ich schicke mal mein Dröhnchen rein. Schockdröhnchen. Vielleicht kommen wir da noch ein bisschen raus. Ah, der hat meine Drohne erwischt. Der hockt direkt in der Ecke ganz hinten drin. Ganz hinten flack da drin. Yes, da haben wir. Neutralisiert. Eigener Druck erfolgreich. Habt ihr gut gemacht? Gut gemacht, Junge. Okay. Und ich hab auch meinen ersten Kill. Ja, geil. Ja, geil. Liesesal. Okay. Dasselbe. Barlager. Was sind? Barlager. Scheiße. Barlager. Was nehmen wir? Das tut nochmal aus. Das tut nochmal aus. Okay. Ja, geil. Barlager. Nein, nicht Barlager. Liesesal habe ich genommen. Liesesal. Liesesal. Ich finde den gar nicht so schlecht. Ja, er muss halt zwei Seiten abdichten und oben, dass von oben keiner reinkommt. Die drei Sachen. Die hier. Die hier. Die Türbarrikade errichtet. Keine Sorge mehr wegen der Karte. Blöden Drohnen. Das Gerät ist am Platz. Ich platziere eine AVS. Wo ist denn die Drohne? Die Drohne? Die. 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 Bei mir irgendwo. In der Geißel. Ja, irgendwo hier in der Geißel. Ich bin jetzt hier dran. What happened? Die Gegner haben Sichtkontakt zur Geißel. Ich mach F hugs. Ey, ich wollte mit her. Aber die hat der anderen Seite raus. Es kann dazumachen. das platziert es ist keiner bei der geisel oder doch ich bin drin so könnte das ja wohl Jetzt sind sie oben aufgesprengt, haben sie oben aufgesprengt, oder? Ja, im Geiselraum haben sie oben die Luque aufgesperrt, im Geiselraum die Luque oben. Die Luque oben, ja. Ne, doch nicht, wo war das jetzt? Doch nicht die Luque? Haben sie eine Wand aufgesprengt? Ne, doch nicht. Geiselraum ist zu, habe ich täuscht. Ach, Korn bleibt. Wo war das? Da wurde gestorben, bin die Treppe um. Okay. Hm. Geht schon mit. Ist aber wieder zurückgelaufen. Ja. Ja. Das ist doch klar. Ich schaue mal, wo man da ranzt. Ja, genau. Ich glaube, der kommt von der anderen Seite. Ja. Ja. Oh Mann. Das schreckt mich halt nicht. Da oben ist er. Lass es noch runterkommen. Ja, lass es ihn runterkommen. Was soll denn das? Wo sind die Drohne da? So. Da oben hat er es gewusst. Blödes Saudi. Hast du ihn gesehen? Hm, der kommt bestimmt von der anderen Seite jetzt. Wieder. 50 Sekunden noch. Das müssen wir noch halten. Nein, der läuft irgendwo beim Seite. Ich höre seine Schritte. Ja. Beim Seite ist er irgendwo. Irgendwo steunt er hier rum. Das ist beim Seite, Klaus. Das ist bei mir irgendwo, ja. Ich höre auch die Schritte gehört. Ich höre nämlich auch was gehört. Schaust du auf die verstärkte Wand? Wo du gerade bist. Im Gang. Dann schaue ich auf die andere. Ja. Dann schaue ich auf die, ja. Auf der anderen Seite. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Es bleiben noch... Hä? Der hat mich, keine Ahnung wie. Weil der war eigentlich hinterm Eck, oder? Nein, ich habe gesehen, dass er mitten am Gang stand. Ich war eigentlich auch. Naja, egal. Ja, wir haben gewonnen. Ja, das war genau an der Tür, wo ich geschaut habe. Ja. Wunderbar. Und ich bin jetzt... Ich bin bestimmt... Jetzt bin ich aufgestiegen von Kupfer auf Bronze. Obwohl ich so einen Dreck zusammengespielt habe. Ich verstehe es nicht. Super nett, ich verstehe es nicht. Und bei mir hört sich gar nichts. Wirklich gar nichts. Ich werde das Spiel löschen. Wirklich gar nicht so... Da geht weiter. Und dann? Ja. Wirklich gar nicht. Wirklich gar nicht. Untertitelung des ZDF, 2020